Damit heiße ich euch nochmal herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Es geht nochmal um die Sache Baldur's Gate. Ich habe jetzt mal weiterhin geguckt, ob ich das zum Laufen kriegen kann. Ich habe bis jetzt noch keinen Weg gefunden und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich ein kleines Projekt dazwischen schiebe. Und zwar hatte ich überlegt, ich habe mir mal Shadowrun Returns geholt, weil, keine Ahnung, so das Setting gefiel mir, die Spielart auch, ist auch ein Rollenspiel. Und ich weiß, also mindestens habe ich gelesen, dass das Spiel keine unglaublich lange Spieldauer haben soll. Und dann fände ich das recht passend, das einfach mal dazwischen zu schieben. Und ja, in der Zeit wüsste ich dann halt, ob ich Baldur's Gate dann wieder zum Laufen kriege oder nicht. Was würde ich jetzt einfach so machen, es sei denn, ihr schreibt mir jetzt hier unter dieses Video, und nein, mach das auf keinen Fall, das wäre ja, keine Ahnung, keine Ahnung, mach es einfach nicht, weil wegen aus Gründen müsstet ihr dann wissen. Und wenn ihr aber nichts dazu, nichts daran auszusetzen habt, dann mache ich das einfach. Weil ja, es ist ja jetzt auch sinnlos, wenn jetzt die ganze Zeit freitags leer bleibt. Ich möchte ja dann auch noch gerne was aufnehmen und produktiv sein und nicht dann, keine Ahnung, so den ganzen Tag immer verschwenden. Also wie gesagt, schreibt mir einfach drunter, ob ihr das okay findet oder nicht. Wenn sich jetzt niemand wirklich groß beschwert, werde ich das dann einfach ab nächster Woche dann machen. Ja, das war's dann auch für dieses Infovideo. Und deswegen verabschiede ich mich einfach mal von euch und sage, ciao!